Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Es sieht jetzt auf den ersten Blick aus wie eine ganz normale Dachtreppe. Was macht diese Treppe so besonders? Diese Dachbodentreppe kommt aus dem schönen Mühlviertel in Österreich, von einem kleinen mittelständischen Unternehmen, familiengeführt, sehr nachhaltig. Ganz besonders an dieser Dachbodentreppe ist die Wärmedämmung. Wir arbeiten hier mit mindestens 10 cm Wärmedämmung. Hat der Dachboden so einen Energieverlust, dass diese Dämmung braucht? Ja, sehr viele Eigenheimbesitzer dämmen ihre Dachgeschossdecken. Was aber dann immer wieder vergessen wird oder nicht berücksichtigt wird, ist dann eben dieses Loch zum Dachboden rauf. Wenn ich jetzt schon so ein normales Dach habe und will diese Treppe nachrüsten lassen, kann ich das? Ist das ein Problem? Das ist gar kein Problem. Es wird die alte Dachbodentreppe ausgebaut. Wir können diese Dachbodentreppe von der Kastengröße so anfertigen, dass es dann in das Loch reinpasst, in das vorhandene. Und durch das Montagesystem, was wir hier haben, dass die Dachbodentreppe mit der Decke verklemmt wird, ist auch die Montage relativ einfach. Diese Treppe, durch was hebt sich die ab von Konkurrenzprodukten? Ist das jetzt nur die Dämmung? Beim Ausklappen sieht man jetzt, dass es sehr einfach geht. Das Deppenpaket ist hier federnunterstützt, sodass man es sehr einfach ausklappen kann. Man sieht hier, diese Metallstufen sind gerippt. Das ist damit eine sehr sichere und stabile Angelegenheit. Sie haben hier auch einen Griff zum Hochgehen. Und wenn man dieses Treppenpaket jetzt dann wieder nimmt und das Ganze hochklappt, sieht man, dass das sehr einfach geht. Mit einer Hand kann man das Ganze bedienen. Und preislich, in welcher Range liegen wir ungefähr? Ja, also wir starten bei ca. 14, 15 hundert Euro und dann je nach Ausstattung verändert sich das nochmal. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter ISHW Gemeinsam stark Dach Dach